Hi, herz' mal wieder. Servus. Markus erklärt. Jo, also mein Plan ist jetzt praktisch ein 4x4-Feld, wo alle unsere Türme raufkommen und die Gegner dann den längstmöglichsten Weg drumherum zu scheuchen. Jo, ok. Aber bringt das wirklich was? Ja, dann haben wir alles zentral und die Gegner kommen nie aus der Tower Range raus. Was zum Beispiel gut ist, wenn ein Zombie fokussiert wird. Gut, stimmt, ja. Apropos Zombie. Die Kanone. Sieht doch ziemlich zombie-mäßig aus. Hallo, da ist jetzt ein Bär darauf. Ich muss mir denken, es ist eine provisorische Kanone, die heißt nicht umsonst so. Die wird von diesen wehrpflichtigen zusammengehalten. Ich frag mich nur, aus welchem Ende die schießt. Ich glaub, aus dem, wo der, ähm, nicht genau drauf sitzt. Ja. Ich bin immer gespannt, wie die... Warte, warte. Hallo. Moment. Der Kerl ist weg. Ich seh' nämlich grad kaum... Doch, der sitzt auf der Seite. Auf der Seite? Ah, jetzt hat er Hebel. Aber ich werd mir die genauer angucken. Einfach nur... Du siehst die Kabel, die ja da langlaufen, die ja mit so nem... mit so nem... mit so nem... Band befestigt sind. Mhm. An so Gummis hängt so ne Batterie. Der Kerl hat so zwei komische Hebel in der Hand. Und die andere Seite sieht wie aus. Okay, der hat irgendwie die Tanks. Jo, die sind jetzt neu dazu gekommen. Bei Seite, Stufe 3. Stufe 3. Stufe 3. Okay. Es ist alles größer geworden. Der hat vorne auf jeden Fall nen größeren Ausschluss und alles. Aber die Batterie baumelt ja immer noch rum. Ja. So, deswegen. Die kann echt gute Kritzen machen. Wenn sie trifft. Oder ein Ausfall schaffen. Das ist eben jetzt... Das Tolle ist, dass das menschliche Versagen. Wenn wir alle sterben, ist er schuld. Und deswegen zittert er so. Ja. Stimmt. Meinst du wirklich, dass wir diese Kanone nutzen sollten? Zumindest mal auswählen. Vielleicht ist es ja ganz gut. Ja. Ist ja mal die... ...neueste Kanone, die wir so haben. Auch wenn sie nicht danach aussieht. Ich wollte gerade sagen, ich glaub, die hat irgendwann mal, ähm... ...Sky selbst zusammengeschustert. Ist ja Briathome, ne? Äh... Das wird besser funktionieren. Das passt vom Steam so gar nicht rein. Das Ding stimmt schon. Markus passt ja auch nicht rein. Hm. Ja, damit du nervst. So. Versuchen wir's. Hm. Nachdem ich meinen G2 da irgendwie davon abgehalten habe, den Kern anzugreifen. Hehehehe. Größer. Mitkommen. Und du bist aggressiv. 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 Auf geht's. Go, go. Und anvisieren. Komm, 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 komm. Jetzt bin ich mal gespannt, was macht er. Aggroziehen. Oh, das ist gut. Ja, so ein Aggropuller. Ah, Kreissägenmassaker. Okay. W- Also ich halte hier meinen Fahr zusammen. Mach mich immer fettig. Wenn ich nicht ständig von Raketen euch gegengeschoben werden würde. Ganz rein, das sind meine Raketen, mit denen ich versuche irgendwie... ... die Zombies hier auch ein bisschen in den Schach zu halten. Na ja, schon klar. Mach's halt nicht wirklich einfacher. Okay. Ah! Boah, ich frick gleich wieder, ey. Hast du inzwischen eigentlich nen Phönix? Nein, der ist unnütz. Finde ich so nicht wirklich. Das wäre mal ausweichen sollen könnte. Ah, das war knapp, ich bin fast gehabt. Alter, natürlich. Ach, kein Witz. Im Quick Respawn. Och, genau. Scheiße, Werpflichtige. Er hat einen Ausfall gemacht. Ja, wir haben einige auf einmal tot gekriegt. Ach komm. Ein bisschen das Mist-Ding. Das würde ich provisorisch auch ganz gern mal kurz in Aktion sehen. Das fliegt doch eigentlich sehr gut. So, wieviel Schaden hat das Ding gemacht? Fünf Weiß? Ja, klar. Ja, nicht schlecht. Im Gegensatz zu 18 vom Streulaser, naja. Ich stell dann schon mal ne Fokus auf, ne? Mhm. Aber hier vorne an die... Da so wen erstmal. Ja. So, und hier dann die ganzen Boosterweine. Warte mal, die pack ich jetzt mal nach außen hin bei den recht grönen Rangers. Dann den Leitturm hier auch irgendwo in die Mitte? Äh, Leitturm? Klar gerne. Ich brauch nur noch ein paar Punkte dafür. Ja, das passt. Äh, wo genau hin? In die Mitte. Äh, also... Ja, Mitte geht's schwer. Aber da wahrscheinlich, ne? Ja, hier so. Keine Ahnung. Gut, das ist provisorischer Korone. Jetzt erst kommt. Jetzt, wo wir ganz viele Professioneller eigentlich hätten. Ähm, Markus? Ja. Du weißt, was du bauen willst, nicht ich. Ja. So, jetzt sei mal defensiv. Schauen, wie du dich da machst. Aber ich glaub, als Aggrozieher ist das perfekt. Mhm. So, dann finden wir das jetzt auch. Weiß ich... Nehmen wir ne Strollhäte noch, oder soll ich den weg machen? Mh, lass ihn drin, bis wir was anderes für ihn platzieren. Weil... Ihr Schaden ist besser als kein Schaden. Gut, ja. Gut, ja. Du, ich sag mal in den letzten drei... Bases. Immerher damit. Oder mach die... die Strecke hier länger. Mach du. Auch mich hält schon der Gelb. Weil ich blau bin. Ich sag immer blau. Bist du das also? Das war absolut. Das machst du uns in deinen Pausen. Mhm. Zut, zut, zut. Ja, was soll ich denn sonst machen? Ich will noch kurz stehen. Und was testen. Ah, schade. Du springst durch sie gerade, oder wie? Ihr Kopf ist so unglaublich glitschig. Ja, als Hacker im Dusch man nicht so häufig, ne? Nee. Muss man auch mal ohne auskommen, ne? Let's get going. Let's get going. Let's get going. Hey. Oh, ich kann dein Vieh auch so'n Schaden. Ja, ich hab die, machst du sogar Schaden. Wäre ja noch schöner. Oh Gott. Oh Gott. Mit ins Auge rein gefrässt. Oh Gott. Oh Gott. Oh Gott. Oh Gott. Ich kann die schmeißen, aber wenn ich sie drin lasse, macht sie mehr Schaden. Oh, jetzt kommt dein Team hier im Weg, ey. Ne, ich arbeite nur noch mit dem hier. Gibt es mir noch besser. Jo. Am harmlosesten, okay, also habe ich in der Runde am wenigsten Schaden gemacht. Egal. In späteren Runden machen dafür wieder mehr Schaden. So. Ähm. 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 Minen. Wir haben keinen Minenturm gesagt. Raketenturm. Erst die Minen dann, die Raketen. Minen einfach wieder hinten um die Ecke. Jo. Raketen sind aber noch mal wichtiger. Ne, Minen staunen sich über die Zeit an. Raketen nicht. Könnt ihr die 50 Punkte da noch rein drücken? Markus? Ja. Ich klicke den mal hier so hin, ne? Ich meine, wenn du mir jetzt noch die Puchte gibst, die du hast, kann ich noch einsetzen. Raketenturm. Ja, am besten hier so nahe am Kern, dann kann der da noch schießen. Äh, ich wünsche halt nur, dass der in der Range in allem ist, deswegen. Ja, sollte er eigentlich sein. Äh, wir müssen der nicht auf voller Leistung. So, jetzt kann ich ihn einfach noch da hinpacken, ne? Ja, also ja, genau. Und noch 100 Punkte reinstecken. Passt. Und dann, den wir wieder zur Tower Pace geben, genau. Ähm, wenn wir da noch was macht, ja, hier. Unterweil. Hier oben drauf, so. Und die zwei hier am Rand stehen. So. So. Ist jetzt erweit? Jo. I'm done. Let's go. Ich geh auf die hier an meiner Ecke hier vorne. Okay. Okay. Right. Here we go. Ich sterb so schnell. Kauf dir ein Leben. Nee. Alter, wie ich einfach an allem sterbe, ist mir das aber auch egal. vorsicht nahe im kern ja wissen wir keine sorge jaa leidenschaftsion nebenbei das scheißvieh von simon schweigt mir immer meine schüsse rein ja ja geht mir auch so die springer gehen wir einfach mit den lenkraketen an am besten du kannst auch slowen ja aber wenn die einmal von so einem schwall lenkraketen getroffen werden oder nur ein stück insgesamt dann sind die schon ziemlich da und den rest kriegen wir so hin ach die minen genau hast du schon gemacht ne bin ich schon bei vielleicht noch ein Stück weiter weiter dann müssen wir mal gucken deine plattform simon ja moment erstmal hier die dinge wieder aus hand nehmen du bist da zu spät hättest du noch platz ihm von den halben ja hab ich ja ja die meisten haben das nicht überlebt ne der hilft jetzt auch nicht ne der hilft jetzt auch nicht ne der hilft jetzt auch nicht ja also eine 3er array reicht für eine ne 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 So, das war wunderbar so schnell. Ja, so sieht's aus. Okay, wir haben locker genügend Plattformen. Jo. Wunderbar. So. Ach, machen wir noch ein Zweifel? Ne, ne, ich will die bloß, dass die Springer nicht sofort drüber springen kann. Ah ja. Dann springen die hier noch in ein gescheites Array rein. Und wirklich kann man das nochmal erweitern. Ja, aber auch kann man das nicht machen. Ich glaube, ich passiert hier noch einen Fokus, weil die echt praktisch sind für die Zombies, ne? Jo. Wobei du vielleicht erstmal die Gauss aufstoppen könntest. Das kann ich natürlich auch tun, aber einen Fokus platzieren hab ich trotzdem schon mal. Okay. Die Gauss habe ich jetzt auch nicht unbedingt an den guten Platz gesetzt. Naja. Einfach irgendwo hin. Das ist auch guter Platz. Ja, ich meine, das ist... Das ist... Das date die gesamte Map ab, also... Markus, du füllst den noch auf. Okay. Jupjup. 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 Komm, lad nach. Also die Sägeblätter zu schießen ist extrem schwierig. Okay, da sind ziemlich viele beim Kern. Jo. Ich geh weiter auf die Wackelköpfe. Ich komm mich hin mit die Rhinos. Ich schammel fast voll im Leben abzoll. Ach guck mal, das fressen für die Sägeblätter. Also ich hab das hier... Wenn es drei gute Schüsse... ach egal. ... ... ... ... ... ... Der Sport war glaube ich 9, hab ich noch nicht gehört. Was? Perfectly. Nice. Hu! Hu, hu, hu. 950 klicken, das ist besser als letztes Mal. Ja, aber immer noch viel zu wenig. Hu! Das war... hart. Ja. Wie macht man diese Bälle? Mit ganz viel Schwung. Die Springer können jetzt so gut wie nirgends mehr drüber springen, das heißt sie dürfen sich von selbst auflösen. Wir sollten uns fokussieren. Ja, wow. Ja, auf Kampfläufer. Was, mit den Zombies? Eben. Wir würden uns gerne auf die Kampfläufer fokussieren, da hab ich nichts gegen an sich. Oh, jetzt hab ich einen Outward Charge. Hoops, das wollte ich nicht. Da ist doch noch... Ach, der Drohnen. Da ist er. Ist sonst alles? Sieht soweit so gut aus, ja. Ich baue nochmal ein bisschen um. Den Slow Generator pack ich mal eher hier so rein. Vielleicht wäre da jetzt auch ne Kairos nicht schlecht. Die deckt dann eigentlich das komplette Felder. Gut, jetzt hier lohnt die sich auch wieder, ja. Gut, muss auf zwei bleiben. Gut zu gehen. Gut zu gehen. Ja, ja. Als ob... So gut wie's ihm geht. So gut wie's ihm geht. Ready to die. Würde ich mal eher sagen. Mich stört einfach unglaublich, dass der Boden so mies ist hier. Ja. Ja, das ist echt abartig. Weil... Das bringt mich so oft um. Weil ich steh auf ner sicheren Kante, wurde von so nem Vieh geschlagen, schieß dann mit meiner Rakete und er schubst mich hinten in die Plöre und ich verrecke. Ja. Ja. Okay. Ja die Springer die haben jetzt genügend Zeit sich selbst zu töten. Jo. Gut. Oh, die Springer ist unter. Okay. Oh, die Springer ist unter. Ah, das sieht alles anders gut aus. Wir müssen die nur gescheit bohlen. Also gescheit auf einen Fleck kriegen. Und mit den Raketen sollte es kein Problem sein. Ähm, die Lenkraketen machen aber an den Kampfläufern keinen Schaden. Also ich schon. Ne, also meine Lenkraketen machen an denen keinen Schaden. Du musst auch hinten rein zielen. Du musst den Raketen die Chance geben, da hinten rein zu fliegen. Ich versuch mal die Zombies ein bisschen wegzuziehen. Das tue ich aber auch. Aber wenn du das machst, kümmere ich mich ein bisschen um die Kampfläufer mit. Ja, und der Lenkraketen häng ich grad dran. Ich versuch mal die Zwangi. Aber ich würd ja auch mal die Flasche für den Raketen schießen. Ja, jetzt die Hände und die Flasche ist super nötig. Ich glaub was, wir kriegen hier unterm Strich ein Gepin raus für den Kern. Geschafft! Der Kern hat keinen Schaden. Keinen Schaden, ja. Faszinierend! Gott sei Dank. Die Taktik funktioniert. Die Runde ist besser als die andere. Obwohl, wir haben 20 von den... Ah, aber keine Kampfläufer, die wir uns kümmern müssen. Aber 18 Zombies, das wird immer härter mit den Zombies. Ich werd als ohnmächtig angezeigt. Nicht bei mir. Bei mir schon. Ich bin bei mir selbst tot, ist okay. Ich glaub, da ist die einzigste Lösung Suizid. So, was mach ich? Okay, ich bring mich um, wenn ich tot bin, ne? Provisorische Kanone hin, vielleicht. Ich werd immer noch... Ah, jetzt geht's. Schauen wir mal, was am meisten Schaden hat. Erstmal schauen, Raketen... Die Provisorische Kanone macht verdammt viel Schaden. Letzte Welle was weniger als vorletzte Welle, aber... Da wird mein Fokus einfach 230k gemacht. Die macht wenig Schaden, 950. Lieber noch ein Raketenturm oder so. Wir haben ja sauviel mit Masse zu tun. Ähm, Raketenturm? Ja, Raketenturm. Ich muss sagen, am meisten Schaden gemacht hat mitunter wirklich einfach der Fokus. 230 und der andere hatte 178. Ja, aber im dritten... Vor allem stehen wir hier genau, am besten für euch. Ja... Also noch ein Cannonenturm, okay. Äh, Raketen... Ja, ja, gleich. Ich nenn die immer gleich. Einfach nehmen wir den anderen einfach, oder? Oder weiter vorne. Da so. Wie viel Windschaden denn? Da ist gut, ja. Oh, ja. Ja, echt. Das zweite Upgrade muss nur kurz wer anders machen. So, okay. Dann haben wir nur noch ein Tor. Alter, jetzt geht der Kanonenturm ja auch über die ganze Map. Juhu. Einen Tower, den wir setzen können, ja. Mach mal drun. Aus irgendeinem Grund wäre ich für noch so ne kaputte Kanone, aber die ist scheiße. Ich würde mich einfach unglaublich unwohl fühlen, wenn ich der Kerl wäre, der da sitzen müsste, ne? Zumal es schon so wackelt. Hm. Hier, Markus, nachher. Was soll ich machen? Hm, hm. Ich versuch grad zu überlegen, ob wir nicht die Minentürme und so noch in die Ampel oder so reinkriegen, aber das gibt glaub ich jetzt nicht mehr, ne? Die Minentürme, dann gehen alle Minen kaputte, die wir bis jetzt gelegt haben. Die drei. Die drei, ja. Die... Ist egal dann. Eben. Ja, dann würde ich die auf jeden Fall noch in Armbranch reintun. Okay. Okay. Mach ich. Und den Feuerleitung-Range. Ja, Feuerleitung macht da glaub ich keinen Unterschied für die Dinger. Ah, ich schätze schon. Bezweifelig. Explosions-Range? Ein wenig vielleicht. Ja, einfach... Neben dem Raketenturm. Äh, da so? Ne, ne. Hinter dem. Achta, da wo du hier stehst, okay. Ja, weil dann ist er noch in Feuerleitung. Genau. Hier den Slow-Turm auch. Ich weiß nicht, verlieren wir da was? Nö. Die drei werden direkt wieder neu platzierbar. Dann den auch da. Weil das die mehr Schaden machen, die Minen, das haben wir schon längst gelernt. Ja, das schon. So, jetzt ist nämlich jeder Turm in der kompletten Range von allem. Das gefällt mir. Besser geht's nicht. Doch, wenn jetzt der Kern noch voll im Leben wäre. Ja, aber man muss klein anfangen. Aber, eins merken, die Strategie ist eigentlich nicht die schlechteste. Hm. Auch wenn wir ehrlich sein müssen, das war ein knappes Spiel an der einen Runde. Ja. So. Tja, also packen wir jetzt noch hin. Oder packen wir auch noch was hin. Aber die Wege, die laufen, sind super. Naja. Eins stört mich noch. Die Springer sind letztes Mal den komplett anderen Weg gelaufen. Das ist super. Klar würden die da runter, das ist doch logisch. Ja, ich hätte nicht gedacht, dass die den kompletten Umweg gehen. Ich habe gedacht, die machen schon so irgendwie kürzeste Pfad zukehren. Aber naja. Na drei. Oh, ich habe vergessen den anzuhalten. Ja. Ja.